Hallo und willkommen zurück bei Castellator. Wir spielen weiterhin mit dem Steam Controller, weil er einfach, ich weiß nicht, er ist gut und auch scheiße. Ich mein, ähm, deswegen lässt sich fast alles verwenden. Aber er liegt so, er liegt so, äh, in der Hand. Das fühlt sich einfach nicht richtig an, aber seine Funktion zu empfangen und dass er Touchpads hat, ist geil, aber er hat keinen zweiten Stick. Nur ne, ja, Fläche. Also man kann sagen, dieser Controller fühlt sich falsch an und noch richtig. Beides. So, wir waren stehen geblieben bei der Eroberung dieser Jungs. Mann, war das klar. Ja, keine Bewegung. Oh, das wird scheiße. Ralf? 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 Wir haben ihn da mal umgebracht, haben wir die zwei... Willi gerade? Lass mich kurz überlegen. Ist richtig so. Du kannst sterben. Hebel ziehen. Gehen wir mal hier durch. Das ist jetzt gerade nicht wie genau. Du willst mich verarschen? Du willst mich verarschen, ne? Ich merke das schon. Ich werde hier komplett verarscht. Nein, hier mache ich keinen Schnitt rein. Nein, 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 nein. Hier heute wird nicht geschnitten. Jeder kann mal verarscht werden. Ich das echt nicht erwartet hätte. Okay, wenn er nicht hinsieht, gehe ich da hin. Wie viel? Jetzt. Falsch! So, jetzt haben wir es. Okay. Was? Is klar. Ihr könnt über den Schalter laufen und ich nicht, ne? So, ich hoffe, wir haben hier gar keine mehr vergessen, aber die können über den Schalter laufen und... Ne, ich werde teleportiert, aber sie können da durch, ne? Ist klar, ist klar. Ich habe euch geschaut. Ach ja, der war ja noch was. Die beiden Idioten. Ganz ruhig. Ich sagte ganz ruhig. Idiot. Jetzt sind es zwei. Der ist super. Zweifel, dass ich hier leben draus komme. Hilfe, Hilfe! Durch rennen? Was meint ihr? Soll ich durchrennen? Ich meine, sie laufen jetzt überhaupt nicht synchron. Gott, warum tust du mir das an? Ich meine, sie laufen synchron, das ist unsere Chance. Wollt ihr, wollt ihr mal eben nach links? Oh, danke. Warte, ja, genau. Cool. Wir haben es geschafft. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, aber hey, wir haben es geschafft. Oh, mit Quick Save. Wir gucken. Nein. Man muss immer davon ausgehen, dass vielleicht mehr als eins besteckt sein könnte. In ein Bild, aber nein, ist es nicht. Wir können so lockerflockig weiterlaufen. Lockerflockig. Lockerflockig. Beware the dog. Hab schon verstanden. Okay. 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 Kommst mal hier hin. Na? Nein. Oh, grüne Flaschen. Hier ist ein Secret. So mag ich meine Hunde. Dumm. Beziehungsweise so mag ich meine Slugs. Kacken dumm. Ah, mit frischer Anzeige. Wir haben nur Lopfer. Ich bin stolz auf uns. Ich würde es am liebsten testen wollen. Ähm... Zip. 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 Seid ihr stolz auf mich? Ich bin stolz auf mich. Ich bin sowas von fucking stolz auf mich. Und hepp. Alter. 165. Ja. Boah. Ich nehm's ne Meisterleistung. Ich nehm's wirklich ne gute Leistung. Wirklich. Mein Ernst. Alles voll Knorke. Das ist mein Ernte. Ich nehm's echt ne Meisterleistung. Oh, danke. Rex Fee. Gebt Babys keine Chance. Also. Baby flieches. Nicht Krypser blasen. Brühe trinken. Ich liebe diese Werbesprüche. Dieses Level hin... ...hinterum nicht. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, das sieht schon wieder so scheiße schwer aus. Ja? Schleich da durch. Schleich. Ausgang ohne Rückkehr, ja, da hast du halt nur achten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich hoffe, hier. Warum sag ich leider nie synchron? Ich hab noch nie was von Synchron schon mal gehört. Näh, wir haben ja nur einen. Wir müssen einmal nur für den De-Spawn-Prozess bin ich de-Spawned. Okay, willst du mich verarschen? Ich wollte eigentlich mehr aber als sein, aber okay, kommen wir erstmal damit klar. Hier war auf jeden Fall kein Geheimnis. Ich will keine Flaschen. Ich bin mir nicht sicher, wenn er steht ohne Rückkehr, ich bin mir da nie sicher. Äh, wir tun's. Ich liebe Loren, ich liebe Loren. Das ist das geilste Element in diesem Spiel. Keine Flaschen, weiter. Flügel 3 Flügel 3 Schön zu wissen. Auch ein Ape wird geäbt. Nein, falsch, auch ein Ape wird explodiert. Gesprengt. Ach, ich bin heute zu müde für den Scheiß. Ja, ich bin zu müde für meinen Humor. Eigentlich wollte ich das ohne Alarm-Auslösung schaffen, aber okay. Ich bin wirklich zu müde für meinen Humor. Weil euer Gelie-Pakashi schläft seit ein paar Tagen nicht mehr so fein. Einmal ganz gut gestrickt. Ich bin wirklich zu müde für den Geheimnis. Ich bin ja auch geschlafen, aber auch einfach wieso. Ich bin wirklich sehr. Nein, ich bin jetzt auchiklein, aber ich bin zu müde. Also, ich bin jetzt die Country-Geräuschen. Ich bin jetzt auch im Teile-Geräuschen. Teleporter? Einer. Erobern. Warten. Warten. Feuer! Brauche ich schon halt noch Flaschen. Keine. Nein, keine. Jetzt bin ich gerade tatsächlich verwirrt. Das sind zwei Ausgänge. Oder? Wohin führt der? Hä? Hä? Aber keinen offensichtlichen Weg, um da hinzukommen, oder? Doch, Spieleentwickler. Ihr verwirrt mich. Äh, nur für die Schalter. Okay. Okay, okay. Oh, okay. Das ist die berühmte Zweitlösung. Falls man so krass verkackt, dass man... Ja. ...seine Zweitlösung nutzen muss. Die berühmte Zweitlösung. Okay. Okay. Den können wir nicht erobern. Wegen Google. Ich mag das. Ja. Leck mich. Okay. Warten. Er bleibt. Er bleibt. Er fliegt. Nein. Hüpf. Verkackt. Verkackt. Komplett verkackt. Das kann auch nur ich. Hüpf. 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 Verkackt. Ich verkackt den... Ich verkack den Abstand. Ich geb's zu. Ich verkack den Abstand. Und durch. Jetzt nicht verkacken. Verkacken. Und tschüss. Hehehehehehe. Willkommen im Flügel 6. Willkommen im Flügel 6. Die Flügel hat die... Das Knochenwerk eigentlich. Ja. Ich geh mal davon aus. Das war jetzt wichtig. Geh mal davon aus. Aber wofür? Aber wofür? Das verschließt sich mir noch nicht ganz. Okay. Leck mir die Eier. Leck sie mir fett. Wo, 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 wo. Wow. Ich würde erst mal gucken auf der anderen Seite. Wie gut, dass wir nachgeguckt haben. Bin ich sehr stolz auf uns. Nein. Nein. Da ist rechts was. Da ist rechts was. Nein. Das kann ich nicht tun. Nein. Tut mir leid, Leute. Das kann ich nicht tun. Ich kann nicht mit dem Gedanken leben, ein Stück der Ebene nicht gesehen zu haben. Kann ich einfach nicht tun. Nein. Weigere ich mich. Wenn sich da unsere Freunde... Einer von unseren Freunden versteckt, ne? Dann, ne? Gibt's ja bei Rambazamba, Leute, ne? Der eine ist Kashi böse. Zwei. Begrenzt aufnahmefähig seid ihr Jungs, ne? Ne? Halt die Fresse. Ach, Leute, in der letzten Minute schaffen wir das. Jetzt wollt ihr mich verarschen. Im Ernst? Ist das euer scheiß Ernst? Liebe Spieleentwickler, Oddworlds. Ist das jetzt nicht euer scheiß Ernst, oder? Ja, Ralf. Oh, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Nein. Nein, 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 ich werd nicht mehr. Nein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer, dass ich hier gerade überziehe. Ich fühl mich verarscht. Im Ernst? Jetzt könnt ihr mich alle behalten. Naja. Wie soll ich sagen, geht's euch in der nächsten Folge. Bis denn, euer Kastellator. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute.